Sehe ich, was ich... Oh Gott. Ufff! Ufff! Super Mario Bros. Wander! Let's Play! Mit einem Twist. Wenn ich einmal sterbe, ist Let's Play vorbei. Willkommen zur One-Life-Let's-Play-Reihe mit dem folgenden Spiel. Super Mario Bros. Wander... Die Blüteninsel. Rinds vor, Jan. Niemand mag dich. Niemand will mit dir reden. Aber das sieht tatsächlich sehr bedrohlich aus. Bowser? Mit seinen komischen... Kakerlaken? Würmer? Piranhas? Was geht hier? Vorsicht! Aber wir haben einen Königssamen halt schon gefunden. Und somit kann dieser Königssamen schon mal einer dieser Piranha-Pflanzen attackieren. Und somit ist Bowser jetzt geschwächt. Bowser sieht nicht sehr zufrieden aus, aber das ist ganz akzeptabel. Prinz Lorian, wir haben dich immer noch nicht gerne. Nun sind wir hier bei der Blumeninsel. Hier kann man noch einen wunderschönen Anblick zu Bowser haben. Das ist wirklich sehr sexy. Und hier haben wir eine kleine Puppet-Hütte. Ich nenne es immer Puppet. Okay. Und wir haben natürlich wieder Smalltalk, dass die Fische nicht mehr gefunden werden können. Aber by the way, du kannst einfach dieses Wundersamen einfach mitnehmen, weil es ist uns langweilig. Und so können wir das Spiel noch einmal ein bisschen strecken, Bros. Nein. Also es gibt hier eigentlich eine süße Zeit-Info. Eigentlich so einen Deep-Talk. Ich habe jetzt hier so einen Hilfenruf. Weisst du? So wie im... Wie soll ich sagen? Ähm... So wie in der Tagesschau. Ne? Also so... Das war ja mal... Kürzlich glaube ich irgendwo in ähm... Wo war's denn? Griechenland gab's ja einen Brand und so. Und das war dann so schlimm, ne? Da hat man dann Olivenbauer... Bauern so ins Interview halt mitgebracht und so. Und die haben sich gesagt, ey, meine ganze Ernte wurde zerstört, wurde zunichte gemacht. Ich bin ja jetzt ein armer sich... Ein armer Mensch, so. Und jetzt so alle... Okay, ähm... Also im Sinne von, ähm, unterstützt mich jetzt, denn ich brauche Hilfe, ne? Das ist so ein Hilferuf, den man hier versucht zu machen. Und das ist natürlich sehr belastend. Finde ich jetzt. Denn es ist wirklich sehr asozial... Also nicht asozial, aber es ist einfach so die Medien, die man hier versucht irgendetwas zu erhalten. Und ich bin wirklich so lost. Und das noch vor Ziel! Vor dem Ziel noch erhalten. Wow! 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 Ich weiss nicht, ob man nicht gehört hat, denn ich habe nicht neben das Mikrofon gesprochen, sondern einfach nebenbei. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Aber, ähm... Aber eigentlich sollte das kein Problem sein. Perfekt. Das Wonderful ist immer natürlich sehr wichtig für uns. Denn wir wollen natürlich... Ähm... Lol, was ist mit dem Sand passiert? Natürlich wollen wir halt ein wenigstens die 100% grinden, aber halt lassen wir nicht sterben. Ich meine, das ist ja wirklich so der Faktpunkt, den ich hier haben muss oder haben sollte. Naja... Jetzt könnten wir eigentlich schon direkt zum nächsten Level gehen, aber wir machen weiter mit diesem Level hier. In diesem Level wird ein Delfinkick empfohlen und das habe ich auch gerade gemacht. Ob das was bringt, ist die andere Frage. Das ist natürlich immer so. Ja... Wer weiss, wer weiss schon, ob das jetzt etwas bringt oder nicht. Aber die Cheep Cheeps... Ey, die sehen so... Ich wollte sagen, sie sehen so schön aus. Und dann wird Luigi einfach richtig hart ins Arsch gebissen. Wie ehrenlos ist das? Ah, und hier braucht man diesen Fisch, damit er halt das auffressen kann. Und mit diesem Delfinkick kommen wir relativ schnell wieder weiter. Und es wäre noch sehr... Ah... Ja, dann sehe ich, was ich... Oh Gott. Oh... 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 Uff... Uff... Das war sauknapp. Das war sauknapp. Uff... Dann wäre bald das Video schon vorbei. Uff... Da hatte ich gerade noch... Das Glück-Moment... Noch... Gehabt... Musst scha... Ja... Es ist die zweite. Aber die Frage ist, wo ist... Zum heiligen Blubblub... Jetzt nun... Ähm... Die nächste Münze... Wenn das wäre natürlich... Etwas, was... Ja... Wäre sehr... Angenehm... Zu wissen, wo es... Weiter geht mit der Münze. Vor allem, wo ist eigentlich der... Ah, hier ist ja der Wundersamen. Ich wollte gerade fragen, wo der Wundersamen ist. Und jetzt wissen wir, wo die Wundersamen ist. Oh... Stimmt... Jetzt muss man ihm hier folgen. Denn er wird überall durchfressen. Wir müssen einfach aufpassen... Dass wir nicht sterben, glaube ich. Oh Gott... Und er wird hier immer ein bisschen... Ein bisschen was fressen... Und... Der Rest... Komm... Ich weiss nicht, ob das scripted ist... Wo er etwas ist... Aber hoffen wir jetzt einmal nicht... Komm... Yes... Uff... Es ist wirklich ein Big 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 Boy... Und... Das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass es... So ein fetter Fisch... So ein fetter Fisch ist... Der auch so viel essen kann... Big Fisch... Sehr angenehm... Ich weiss, das Commentary ist so on top... Ich weiss... Ihr müsst es nicht sagen... Ich weiss, es ist wirklich genial... Aber ich kann auch hier gerade nicht sehr viel sagen... Ich sollte jetzt mal... Irgendetwas... Schlaues... Mal erzählen... Und... Sehr schön... Aber keine Ahnung... Was man sagen könnte... Die Frage ist... Die Röhre... Hier gibt es auch noch eine Röhre... Aber hier kann man auch wieder hoch... Meine Frage ist jetzt... Wo zum... Blubblub... Hier ist die letzte Münze... Und ich glaube die letzte Münze... Müsste... Mit diesem... Also unteren Exit zu tun haben... Aber ob das jetzt stimmt... Ist die andere Frage natürlich... Wieso ist hier diese Röhre hier... Einfach Deko... Hier oben... Nee... Ja dann müsste es eigentlich in dieser Röhre sein... Ja das war definitiv wild... Mein Freund... Was... Habe... Wahrscheinlich habe ich es verpasst... Oder es kommt jetzt noch... Also ich bin immer noch sehr misstrauisch... Tra... Traurisch... Ja... Wo habe ich dann die letzte Münze verpasst? Ich werde mal... Mich schlau machen... Und diese letzte Münze noch finden für euch... Da ist es... Ich habe es mir gedacht... Dass es dort unten ist... Oh Gott... Gehen wir weiter mal... Zu diesem Level hier... Und dafür brauchen wir... Zwei Samen... Und das haben wir ja... Schon erfüllt... Hier ist es... Das... 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 Das Level... Wow... Das Level ist nicht... So... Einfach... Tatsächlich... Aber es sollte eigentlich... Ziemlich... Easy noch gehen... Vor allem es ist eine sehr coole... Ebene... Und... Level... Wie man auch was sagen will... Oh... Oh mein Gott... Ich habe gedacht... Ich habe die Feuerblumen noch... Und das wäre sehr... Dumm... Wenn ich jetzt... Sterben würde... Das wäre sehr... Konterproduktiv... Dankeschön... Nun habe ich ein bisschen mehr... Chancen... Uff... Es gibt glaube ich hier oben noch... Ein Secret... Aber das habe ich noch nie erhalten... Oh mein Gott... Ich dachte... Dort wäre ein Secret... Und ich sterbe... So lächerlich... Schon wieder... Nein... Oh Gott... Nein... 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 Oh Gott... Boah... Das war's mit... Super Mario Bros... Wonder... One Life Projekt... Wie... Dumm... Kann ich sein... So zu sterben... Oh mein Gott... Holy Shit... Nach... Hehehe... Oh... Fuck... Fuck...